Willkommen! Wir werden uns hier anschauen, wie man diese sehr interessante Funktion, und zwar x hoch x hoch x, ableiten kann. Für den Fall, dass euch diese Darstellung verwirrt, die ich da auf der linken Seite verwende, naja, das ist die übliche Darstellungsweise für die Ableitung im Studium, aber natürlich kann man das auch umschreiben als eine Funktion f von x mit x hoch x hoch x und dabei suchen wir einfach mal die erste Ableitung. Bevor wir jetzt an die Ableitung dieser Funktion denken, sollen wir erstmal feststellen, welche Art von Funktion das überhaupt ist. Naja, wie ihr wahrscheinlich gut erkennen könnt, handelt es sich hier in erster Reihe um eine Exponentialfunktion, weil x oben Exponenten steht, und das übertriebenerweise sogar zweimal. Und wenn ihr an die Ableitung einer Exponentialfunktion denkt, sollte euch in erster Reihe die e-Funktion einfallen. Es gibt einen guten Grund dafür. Die e-Funktion ist die einzige Exponentialfunktion, die direkt ableitbar ist. Alle anderen Exponentialfunktionen müssen erstmal in eine e-Funktion umgeformt werden, damit man sie ableiten kann. Deshalb benutzt man am häufigsten die e-Funktion. Und genau das werden wir auch in erster Reihe hier machen. Wir werden diese Funktion in eine e-Funktion umformen, sodass wir sie ableiten können. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle. Das, was wir hier treiben, nennt man logarithmisches Differenzieren, oder kurz gesagt logarithmische Ableitung. Und es ist gar nicht so spektakulär, wie es klingt. Ja, man wandert aber in eine allgemeine Exponentialfunktion, in eine e-Funktion, und dann leitet man diese ab. Diese Umformung erfolgt mit Hilfe einer Formel, die ihr aus der Oberstufe kennen solltet. Also, wo man zum ersten Mal die e- und die ln-Funktion lernt, dann nennt man auch diese Regeln. Und zwar auf diese Art und Weise, so wie es hier eingeblendet ist rechts, kann man praktisch jeder Term der Form b hoch a in eine e-Funktion sozusagen umformen. Und genau das werden wir auch hier mit unserem Term machen. Die Frage, die sich stellt, ist noch, wo wir hier anfangen. Natürlich ganz oben, weil das ist unsere erste Sorge, diese Geschichte hier zu vereinfachen. Und deshalb schneide ich das raus und schreibe es an dieser Stelle ab. Also, wir sehen dieses b hoch a als ein x hoch x. Entsprechend, wenn wir das Ganze dann umformen, lautet unsere e-Funktion e hoch x mal ln von x. Und damit können wir diesen Exponenten x hoch x bei unserer ursprünglichen Funktion ersetzen und sagen, wir haben dann x hoch e hoch x mal ln von x. So, und das wäre der nächste Zustand unserer Funktion. Aber ich merke schon, damit ist es leider noch nicht getan. Wegen dieser Variable x hier unten in der Basis, müssen wir das Ganze nochmal umschreiben. Und zwar mit der gleichen Regel. Deshalb geht es wieder auf der rechten Seite weiter. Und diesmal schreibe ich jetzt diesen Term, den wir jetzt haben. Also, x hoch e hoch x mal ln von x. So, diesmal ist x unser b in der Formel oben und dieses e hoch x mal ln von x ist natürlich unser a. Deshalb lautet die neue Funktion dann, e hoch, dann kommt erstmal das a. Also, e hoch x mal ln von x. Und am Ende mal unser b, das bedeutet ln von x wieder. So, und das wäre dann die fertige Funktion, die ich jetzt natürlich auch auf der linken Seite hier bei unserer Umformung übernehme. Also, wir hätten dann sauber geschrieben, e hoch e hoch x mal ln von x. Und dann mal ln von x. Und jetzt kümmern wir uns um die Ableitung dieser Funktion. Na ja, die Frage, die sich stellt, ist, welche Ableitungsregel nehmen wir hier überhaupt? Wie ihr gleich sehen werdet, brauchen wir mehrere Regeln. Aber in erster Reihe habt ihr eine natürliche Exponentialfunktion, also e-Funktion. Und dieser Funktionstyp ist immer verkettet. Also, es gibt im Normalfall eine äußere und eine innere Funktion. Das Problem hier an dieser Stelle ist, dass diese Funktion mehrfach verkettet ist. Also, es gibt nicht eine äußere und eine innere Funktion, sondern es gibt auch eine mittlere Funktion. Und eine mögliche Formel für die mehrfache Kettenregel, seht ihr hier auf der rechten Seite eingeblendet. Also, anhand der Farben solltet ihr erkennen können, dass u die äußerste Funktion ist, v die mittlere Funktion und w die innerste Funktion. Und die Ableitungsregel, die unterscheidet sich nicht viel von der normalen Regel. Also, man fängt erstmal mit der äußersten Ableitung. Dann kommt die mittlere Funktion, die abgeleitet wird und am Ende noch die innerste Funktion. Und genauso ähnlich werden wir auch hier vorgehen. Also, das, was ihr hier seht, ist die äußerste Funktion. Und da haben wir einen riesigen Vorteil, dass das hier eine E-Funktion ist. Weil, zur Erinnerung, die äußere Funktion ändert sich beim Ableiten nicht. Also, theoretisch könnten wir jetzt für den Anfang den kompletten Term hier abschreiben. Aber, statt diesen großen hässlichen Term abzuschreiben, schreibe ich natürlich die zusammengefasste Fassung. Also, einfach x hoch x hoch x. Nachdem wir jetzt mit der äußersten Funktion eigentlich schon fertig sind, kommt jetzt die nächste Funktion. Und das ist die Hochzahl von diesem E. Und bei dieser Hochzahl sollte euch auffallen, dass ihr in erster Reihe hier ein Produkt habt aus zwei Teilfunktionen. Das wird die sogenannte Produktregel benötigen. Außerdem ist die erste Funktion nochmal verkettet. Also, das müssen wir auch noch gucken, wie wir das hinbekommen. Damit wir ein bisschen die Klammern unterscheiden, werde ich jetzt im nächsten Schritt eine eckige Klammer benutzen. Es kommen halt relativ viele Klammern und es ist gut, wenn man sie unterscheiden kann. Also, wir werden jetzt praktisch diese Hochzahl hier in erster Reihe mit der Produktregel, sozusagen, ableiten. Und, zur Erinnerung, die blende ich jetzt nicht mehr rechts ein, weil ich brauche den Platz für die Ableitung. U' mal V plus U' mal V'. Das war die normale Produktregel. Okay, also müssen wir uns um das U' kümmern. Hier haben wir wieder eine Funktion. Das bedeutet, in erster Reihe können wir diese wieder abschreiben. Also, E hoch X mal ln von X. Dann müssen wir auch bei dieser Funktion die innerste Ableitung bilden. Also, nochmal die Hochzahl ableiten. Oben haben wir ebenfalls in der Hochzahl nochmal zwei Teilfunktionen, die die Produktregel verlangen. Also, auch hier wird nochmal die Produktregel angewandt. Ich mache jetzt eine Klammer auf, weil das ist jetzt die innerste Funktion, die hier abgeleitet wird. Und wir haben dann 1, also X abgeleitet ist 1, mal ln von X. Und dann plus X mal, und ln X abgeleitet zur Erinnerung ist einfach 1 durch X. So, damit haben wir nur das U' bei der großen Produktregel erledigt. Jetzt kommt mal V, also mal ln von X. Und dann kommt noch der andere Teil mit U mal V' unten. Das heißt, praktisch die E-Funktion wird jetzt unverändert abgeschrieben. X mal ln von X. Und dann mal V'. Also, ich muss noch ln X ableiten. Das ist natürlich 1 durch X. Gut, und jetzt machen wir die eckige Klammer zu. Abgeleitet ist es jetzt. Allerdings können wir diesen Term natürlich nicht in diesem Zustand lassen. Deshalb schauen wir, wie wir diesen Term noch ein bisschen anders darstellen können, beziehungsweise vereinfachen können. In erster Reihe sind diese zwei E-Funktionen, die hier stehen. Die sollten euch irgendwie bekannt vorkommen. Am Anfang haben wir festgestellt, dass das die Umformungen von X hoch X sind. Also, das bedeutet, hier habe ich ein X hoch X und hier habe ich ein X hoch X. Wir werden gleich sehen, weil wir hier in dieser eckigen Klammer zwei Terme haben, können wir dieses X hoch X eigentlich ausklammern. Außerdem kann man hier minimal noch innen drin was vereinfachen. Hier steht X mal 1 durch X. Die zwei Xer kürzen sich weg und da bleibt nur eine 1 übrig. Also, werden wir jetzt diesen gemeinsamen Einteil mit X hoch X jetzt aus beiden Termen ausklammern und nach vorne ziehen. Entsprechend haben wir dann vorne bereits X hoch X hoch X stehen. Dazu kommt nochmal X hoch X. Und jetzt schauen wir, was in diesen eckigen Klammern noch übrig ist. Also, ich lasse sie nochmal eckig. Danach können wir sie auch auflösen. Okay. Innen drin habe ich hier noch 1 mal ln X plus 1 und das Ganze multipliziert mit ln X. Das würde sich hier sogar lohnen, ein bisschen die Klammer aufzulösen. Also, das mal das und das mal ln X. Entsprechend hätten wir dann ln Quadrat von X. ln X mal ln X. Und dann 1 mal ln X können wir einfach als ln X stehen lassen. Und am Ende haben wir dann nur noch 1 durch X. Also, plus 1 durch X. So, viel könnte man hier an dieser Stelle nicht mehr machen. Und eventuell die vorderen Terme nochmal ein bisschen zusammenfassen. Und zwar, wenn man möchte, kann man das auch so schreiben als X hoch X hoch X. Und dann nochmal hier in dem Exponenten plus X. Das ist eine ganz normale Potenzregel. Und dann natürlich das, was wir auf der rechten Seite stehen haben. Also, das werde ich jetzt vorerst nur noch abschreiben. Und habe die eckige Klammer zu einer Runde gemacht. Sieht ein bisschen schön aus. Hier seht ihr nochmal dieses saubere Ergebnis. Allerdings, wenn das zum Beispiel eine Prüfungsaufgabe wäre, kann es sein, dass die Vorgabe für volle Punktzahl lautet, dass das Endergebnis linealisiert werden muss. Das bedeutet, dass dieses X hier unten im Bruchstrich nicht mehr existiert. Und das können wir auch problemlos hinkriegen. Indem wir einfach von der vorderen Exponenten ein X abtrennen. Deshalb kommt oben eine Hochzahl minus 1. Und dadurch habe ich halt ein X hoch 1 hier vor der Klammer gezogen. Und dieser X wird natürlich mit jeder Term hier in dieser Klammer multipliziert. Und dadurch auch mit 1 durch X. Und damit kriegen wir diesen X weg. Das Ganze würde dann am Ende so aussehen. Und natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, diesen Term zusammenzufassen. Aber meiner Meinung nach keine, die besser aussieht als unsere letzte Zusammenfassung. Übrigens, wenn Interesse ähnliche Aufgaben, findet ihr in einer Playlist am Ende dieses Videos im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann geht es um Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.